Hallo, es kommt noch eine neue Runde mit Dima und Nick, Hallöchen. Hi! Hallo! Nick, hi! Wo kommst du her? Wo bist du? Ist im Exil, ist einfach wieder rausgekommen. Okay. Ich weiß, ich fühl das RP gerade nicht so. Wo bist du her? Ah, fuck! Ich krieg auf die Fresse! Oh, der ist auf Dach! Oh Gott! Ich hab's auch nicht gecheckt. Das war einfach nur so, hi Nick, du warst lange nicht hier. Ja. Ja, fühl ich nicht. Auf jeden Fall, ja, Nick, du war lange nicht da, aber wir haben auch öfter mal nicht Partie gespielt. Also, ne? Das ist auch so ein Ding. Ach ja, stimmt, der kann jetzt cheaten, der Drecksack. Ja, drück F. First person, amana. 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 Alter! Alter! Hier geht man nochmal in Scope rein. Rechtsklick. Äh. Hier so Full, Full Scope, meine ich. Äh. Einmal drücken. Kommt jemand? Oh, hey! Oder meinst du ein First Person, das ist V? Ah. Ne, doch, ja, hab gecheckt. Ja, ich war nur 70% HP und der hat mir einen Körper getroffen, mit Weste, zack, tot. Oha, er hat ja genau 70 Schaden gemacht. Ja, aber der hat auch einen M24, der war rechts vom... Ich hab was gehört. Granate dort. Ja, ja. Oh mein Gott, die hab ich ja schon gesehen. Ich muss, ich muss das Game anmachen. Das ist Musik, falsch. Das ist Custom, falsch. Game. Jetzt ist alles locker. Ihr könnt Granaten werfen, wie ihr wollt. Trefft mich nicht. Ich komm hier nicht ins Haus rein. Da ist ein Winchester, falls du Bock hast. Ich hab ne SLR. Oh. Ich würd wünscht es ja richtig fühlen, wenn du Visiere drauf klatschen könntest. Ja, das war schon Fall. Ich hab ihn auch noch nicht ausgemacht. Er ist... Wo ist dieser? Äh, mittlerer Monsters. Da ist einer. Da ist einer. An dem Baum. Aber ich seh den Flieg nicht. Aber wir müssen auch los. Oh, die Zone macht Schaden. Der ist knocked. Bei Gabe ist einer knocked. Ach, scheiße. Die Zone. Okay, wir müssen eh rennen. Ja, Headshot. Geil. Mit SLR. Ja, toll. Ja, ich bin weg. Machs gut, Jungs. Ah! Oh mein Gott. Alter. Okay, beim Haus hab ich noch einen richtig... Jo, der hat die weggemacht. Nice. Ich seh die Keks laufen. Da. Die sind hinterm großen Pfeiler, Nick. Und die rennen noch weiter in die Richtung. Die Mal, ich glaub wir schaffen das nicht. Das sind Pfeiler. Das da? Nein, ich... Ja, da wo ich markiert hab. Oranger Punkt. Da von links. So, Nick. Wie... Oh, scheiße. Wie schlägst du dich? Er lebt noch. Ah, ja. Noch. Also besser als wir. Aber ich seh nichts, Alter. Das ist alles zu dunkel. Achja, und spring nicht so viel. Das ist ja nicht so gut in dem Game. Also ja, hier musst du wirklich still sitzen. Ja. Und ein bisschen bewegen am besten. Mit Deckung oder so. Alter, weißt du was der Shit wäre? Achso. Ah! Da hinter der... In der Ecke bist du safe. Hier links bist du safe. Die Zone geht da nicht rein. Ah, cool. Ja, die hat Angst vor der Ecke. Ja, tschüss. Hier rüber? Ja, mit Y oder Z musst du gucken, legst du dich hin. Aber geht natürlich nicht neben der Wand. Ja, hab ich vor, hab ich vor. Nick, weißt du was der Shit wäre? PUBG mit Helldiver-Steuerung. Holy Shit. Oh, ja, Mann. Das hab ich auch gesehen, als wir eben das, ähm, MW3, äh, Steam-Bewertung angeguckt haben, ne? Äh, da stand auch zwei Rezensionen so vor wegen. Warum spielt ihr im Orderwerfer 3, wenn es Helldiver gibt? Geht, geht zu Helldivers, bitte. Spielt das. Ja, da haben wir. Habt ihr recht. Wenn mein Mate da ist, dann können die doch eigentlich gar keine mehr sein. Also die Steuerung da vorne ist wirklich gut. Ich kann mich leider nicht ducken. Allein der Jump. Ah, ja. Ja, also... Ja, gut, er macht heute das Häschen, ne? Oder das Kängel. Ich mach den, ich mach das Kaninchen. Vergiss nicht, Nick, ne? Ich glaub, gedrückt halten ist, äh, aus der Hüfte zielen. Achja, einmal drücken ist richtig in den Scope und gedrückt halten ist quasi über die Schulter. Ist das besser? Ne, ne? Ähm, ja, mach mal. Deine ist schon ein bisschen gedamaged. Wo ist mein Mate? I see one, I see one. Oh, Digga, ist das laut, Junge. Dann markier doch. Wo, ja, Maniac, wo? Da oben hat er noch... Where? Where? Tja. Hat Ragunov? War er nicht full life? Kann sein, aber irgendwie... Wann sprach, Chat? Tee. I need some medical assistance, please. I need some medical assistance, please. I need some medical assistance, please. Okay. Du musst jetzt erstmal so, ne? Benutz bitte deinen Sniper. Boah, Junge, der ballert richtig, Alter. They are together. Okay. Okay. Ich hab nichts verstanden. Ich glaub, die sind zusammen, hat er gesagt. Also mit 4er-Scout oder so. They are together. Oh, cool. Wait for me, Morok. Du kannst dich um so mit... Ja, genau. Mit Alt, ne? Oh. Und links close. Ja, von allen Seiten. Oh, mein Gott, Morok. Z! Ihr trefft mich nicht! Hahaha. Der ist ja gut, Mensch. Ihr seid doch schon tot. Einfach mal auf Gutglück irgendwie in die Richtung schießen. Das wird schon auch... Ja, äh, du, das Ding hat jetzt Streuung. Wir sind hier in PUBG. Das ist ne ganz, ganz rüde Steuerung. Kann man mit nichts vergleichen. Du kannst, wenn du, äh, bei dem ersten gerade rechts auf den du geschossen hast, da hättest du B drücken können, dann machst du Einzelschuss an. Dann schießt du mit der Waffe nur noch einzelne oder, äh, Dreierschüsse oder so, je nachdem. Ja, das ist ne gute Idee. Ansonsten mal Sniper rausholen. Das ist dann natürlich direkt Einzelschuss. Ah. Ist natürlich die Frage, welche du kriegst. Ja. Ich mein, mit der Mini war das schon, äh, wäre das eine gute Wahl gewesen für die Range. Alla, Cedric. Hm? Ich hab hier Drops gekauft. Auf so ner geilen Dose. Und die hatte ein Lehrer von damals, kennst du noch Herr K., aus dem Chemieunterricht? Ja, die Legende. Ah. Ja, wirklich die Legende. Der hat die immer gelutscht. Ah. Und ich hab die wiedergefunden. Ha. Meinte Daniel auch, boah, das ist doch die, der Herr K. immer gelutscht hat. Ich so, ja, Mann, das sind die. Lass mal holen. So Cola Drops. Okay. Habt ihr jetzt gerade mit Herr K. seinen Namen abgekürzt, weil ihr das jetzt hier nicht so sagen wollt? Ja. Ja. Stabil. Dachtest du, dass er wirklich so, wenn ich sein Spitzname so Herr K., Alter. Ja, das ist auch ein cooler Name, Alter. Ich bin, ich bin Herr U. Äh. Herr U. Äh. Wie heißen denn die Drops? Was ist denn das für welche? Ähm. Refreshing Cola Drops von Cavendish and Harvey. Okay, sagt mir leider gar nichts. Also, es ist auch, es sieht auch richtig. Wenn du es sehen würdest, denkst du dir, ah, die Dinger, aber so vom Hören, vom Hören Sehen, keine Ahnung. Äh. Da unten der Bunker, ganz wichtig. Am besten da drinnen landen. Äh, Nick, du musst raus, du musst raus. Fuck, Jäger. Ich lande bei der Markierung von Sally. Ich lande da drinnen. Genau, am besten machst du am Anfang, wenn wir in der Runde sind, am M. Ja, ich wollte grad M drücken und dir folgen, aber ich... Oh, hier ist ein Randy. Ja gut, dann, dann mach ich oben. Ja, der ist hier, der, der wird mich gleich. Oh, der ist zu lange. Ab weiter. Ich geh, ich schlag den, Alter. Nein, komm zurück. Oh, scheiße, das Molotow. Da war'n ist ne Auto. Ich schlag den. Hey, du hast ihn angezündet. Ja, der ist, der ist zweit gezündet. Schön abgefackelt. Die Sau. Kann aber da reingehen und gucken, ob da noch wer drin ist? Kann sein, dass da wer reingekommen ist. Ich weiß nicht, ne. Da fährt ein Auto dahinten. Ich hab'n M420, Junge, jetzt geht's ab. Das wird uns ne Runde. Chicken Dinner. Boah, ich hab' auch. Okay, dann geh' ich halt runter. Startschwitze. Alter, ich hab'ne UMP. Sieht gut aus. Ist alles clean, Patrick? Ja, alles clean. Ich hab' sauber gemacht. Super. Sehr freundlich. Ey, gut. Ich brauch' hier unten nix. Ich bin, äh, wunschlos glücklich eigentlich. Außer noch nen Granator. Ist echt gut. Was sind denn noch so für ARs gut? Welche hast du denn? Ace ist geil. Ähm, ne AUG kannst du... Barry, Barry LM7. Ähm, die Beryl, äh, ist sehr, äh, die hat sehr viel Rückstoß. Also Beryl und AKM würd' ich vielleicht nicht empfehlen, weil die sehr schwer im Handling sind. SR? Warte mal. Das ist ne gute DMR. Cedric, was ist ein Geheimkeller-Schlüssel? Wieso kann ich den hier finden? Ja, das ist ne gute Frage. Alter, wir haben in der letzten Folge mit Stefan, glaub' ich, einen Geheimkeller-Schlüssel gefunden. Oder vorletzte. Das ist sehr wild. Ja, kannst du mitnehmen? Äh, ich glaub' wir haben aber keinen in der Gegend. Ja, ich lass' ihn. Platz sparen, ne. Wir sind ja hier Pro-Gamer und so. Okay, der ist weg. Ich brauch' nen neuen Helm. Ich hab' noch einen Lebenspunkt auf dem Helm. Mh, haben die Typen vielleicht noch welche? Weil ich hab' die... Ne, die haben keine. Ich hab' schon geguckt. Wo ballerst du denn hin? Wo sind die? Da hinten ist einer. Einmal getroffen. Boah, das war schön. Das ist sauber. Oh Gott, ich darf hier nicht durchrennen. Achtung, ich renn' durch. Ah, ah. Ich wusste nicht, dass du mit mir redest. Vor uns, vor uns, hinter uns. Hab' ihn. Oh Gott, Alter. Geiler Mann. Oh mein Gott, Digga. Oh Gott, ich sollte besser noch runtergehen. Oh, ich werd' auch angeschossen, jo. Hinlegen, hin, leg dich hin. Oh. Fuck, ich werd' angeschossen. Oh nein, bitte. Nein. Bist du safe? Äh, eventuell. Ja, hier in der Ecke. Ja, hier. Hier bin ich safe. Hinter mir, einfach hinstellen. Ich hab' drei Equipment. Kevin, kannst du kurz wegkommen, mich healen? Nick. Äh, Nick. Sorry. Nick, siehste, das ist... Hinter mich, hinter mich, hinter mich. Geh an meinen Arsch ran. Los, los, los. Ich schütze mit meinem Body. Oh Gott. Sehr stark. Ja, der hat fast Sicht da drauf, deswegen... Jetzt gleich. Correlle, Correlle, Alter. Ah, Zone! Ah, die Zone! Zone! Nein! Cedric! Ah! Krabbel, vielleicht kriegen wir dich noch. Ja, er muss mich vertragen, weil so funktioniert das halt nicht. Ich werd' das niemals schaffen. Ah! Ah, für Bruder. Auch down? Nee, ich bin schon tot. Digga, das wird ja gar nichts. Nee, ich bin schon tot. Nee, hätte gleich sein müssen, sonst... Nee, hätte legit gleich sein müssen, ja. Oder gleich aufheben, aber das hat alles so lange gedauert. Da war keine Chance mehr. Scheiß, die Wand. Digga, sehen die mich? Ich hab' leider ein bisschen Probleme im Keller gehabt, um ehrlich zu sein. Oh! 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 Auf zu springen! Ah, bitte, bitte, bitte! Ah, bitte, bitte, bitte! Ach, du Apfer. Wie, die Zone bewegt sich schon wieder? Können wir nicht mal atmen? Äh, Kevin, du bist auch nicht sicher. Aber hier... Ne, mach ein Erste. Erste, Erste. Jawoll. Oho. Danach direkt rausrennen. Soll ich noch in Energy reinknallen? Ne, hast keine Zeit. Ins Auto. Keine Zeit fehlen. Alles klar. Kannst du auch im Auto brechen. Kannst du auch im Auto nutzen. Ah, das sind zwei Autos. Weg da, Leute. Ach, die Zone! Ne, was macht doch der Random, Digga? Oh, mein Gott. Ey, wieso ist aber die Zone da hinten bei denen? Ihr müsst noch weiterrennen. War lucky. Ey, Nick, du bist der Letzte. Renn die Zone. Ja, geil, Alter. Open field. Jungs, hier, ne? Schießt auf mich. Ja, halt dich rechts. Alles cool. Das ist ein kleiner Hügel. Vielleicht ist er noch in der Zone. Oh, die letzte von dir, Alter. Oh Gott, nein. Nicht springen. Nicht springen. Leg dich hin mit Y. Da bist du, glaube ich, safe. Ja, okay, da nicht mehr. Aber ey, komm schon. Die Zone war ja richtig kacke. Ja, die war so asozial. Mann, hättet ihr nicht woanders hingehen können, dann wär ich nicht gestorben, dann müssten wir nicht so dumm rennen, das wär alles besser geworden. Ja, ich bin auch bei dem Kollegen angestiegen. Also war jetzt nicht seine Schuld, aber ich hab auch nicht gecheckt, dass die Zone schon wieder... Ja, natürlich war es seine Schuld. Die Zone war längst woanders und der Typ fährt außerhalb der Zone von außerhalb der Zone nach außerhalb der Zone, steigt aus und dann... Ja, was nun? Digga, du hast legit nichts gebracht. Ich dachte, der hat ein Auto geholt, holt jetzt noch Nick ab und dann fährt er zusammen irgendwo hin, wo es safe ist. Nee, das ist ein Zweitsitzer und dann fährt er außerhalb der Zone. Der ist so fünf Meter gefahren. Ja, der hat es legit nur schlimmer gemacht. Also das war... Hä? Was ist das denn für Kostüme? Schade, war auf jeden Fall knapp. Ja. War funny. Ja, wir kriegen bestimmt gleich noch mal eine Runde, wo du ein bisschen reinkommen kannst, sodass nicht gleich wieder so komplett... Ah, was mach ich? Ich schwör. Ach, man. Oh, man. Oh, man. Aber dafür ist ja auch... Intensiv ist ja geil. Ich würde sagen, da bleiben wir auch bei, weil Nick ist ja schon lange nicht mehr drin. Weißt du, wenn wir jetzt in ein normales gehen und dann kommt ein Fight, weißt du, das ist ja eigentlich geiler, wenn wir ein intensiveres haben. Nick, kannst du das ein bisschen neiser machen? Ey, Digga, ist das schon wieder eine Scheiße? Hier, ich tätschel dir auf den Kopf. Ich hau dir auf den Hintern. Ey. Wow. Auf dem Rücken so, ja. Schritt. Ey, Nick, mach mir das. Bisschen einen Hahn-Katzen. Hallo, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hier muss doch so eine Art Dämpfung geben, oder nicht? Crips ist doch eigentlich genau dafür gemacht, oder nicht? Crips? Ja, Crips in Discord, die Funktion. Ach so. Kreuz unterdrückt. Nick, raus! Raus! Verdammt! Ja, ich bin gleich da. Ist soweit. Ich leide auf dem Dach hier. Ja, da komme ich auch mit drauf. Ich leide auf dem anderen. Ein, dann haben wir beide. Okay, ich komme da nicht hin. Ja, ich bin untergefallen. Komm auf gar nichts drauf. Wir haben hier close. Welche? Und ich bin fast tot. Beim grünen auf der anderen Seite vom Haus. Da ist einer. Mehr habe ich noch nicht gesehen. Wo ist denn der? Wo ist denn der? Ich bin hinter dir auf dem Dach, Dima. Ich gucke also ein bisschen rechts und links. Ich gucke das Haus rum. Wo ist denn der reingejumpt? Sieht das nicht? Ja, von der anderen Seite wahrscheinlich. Da ist Schwersicht. Pass auf, ich gehe mit mir mal links vom Haus. Und dann pushen wir beide gleichzeitig rüber, okay? Ich öffne eine Blende hin. Und go. Im Smoker kann ich. Okay, he dead? Nice. Okay. Nick, hier. Kannst du ihn treten, wenn du möchtest? Nee, alles cool. Ich habe hier genug an, was zu tun. Hat er eine Sniper? Digga, wie viel hält der aus? Ich habe so eine G36C oder M16? Äh, G36. Die hat automatisch, die M16 hat nur drei Punkte höchstens. Okay, MK47 Mutant. Ähm, auch nur drei Punkte. Oder zwei Punkte, glaube ich. Sehr viel, sehr schlechtes Handling. Sehr stark, aber sehr schweres Handling, sagen wir es mal so. Also nur für... Panzerfaust. Single Use und sehr viel Damage. Aber meistens trifft der Damage nicht. Okay. Hier ist noch eine MK12. Ja, das brauche ich nicht. Das ist, äh, das ist weg. Hier ist noch, ähm... So ein bisschen sheert. Sheert. Ja, ich habe auch keine Sniper hier gefunden. Das kann doch nicht sein, man. You need assistance? You need assistance? Ja, wir pushen hier, oder? Oh, ich sag mal, das 2-Auto geil hier. Hm, negativ. Ach schon, nee, pass auf. Ach, okay, ist ein bisschen weg. Alter, hier liegt wer? Wer liegt denn da? Der ist ein Dota. Oh, ist nicht gut. Wer soll, wenn da ein Leben da liegen würde? Hä? Wo denn? Wo war der Sohn? Scheiße, wo ist ein Rotgrund? Hier. Oh Gott. Okay. Ich komme jetzt auch. Bin unterwegs. Oh, Militärstufe 3. Hier ist noch eine Dreierweste hier drin. Das ist ja die hier oben. Ja, ordentlich. Oh mein Gott, ich brauche Hilfe. Ich habe eine fette Nate in die Fresse gekriegt. Hier auf Ping ist einer. Hier, direkt auf Ping. Der hat mich nicht gesehen. Ja, ich bin unterwegs. Das dauert ein kleines bisschen. Leider ein bisschen weiter weg. Bitte haben Sie Geduld. Oh! Da war die Nächste. Der hat perfekt getroffen. Da vorne ist er. Ja, jetzt. Los, Tima, leg den Maniac. Der läuft nach rechts. Der Mate hat den. Okay, hier sollte ich mir safe sein. Wir sehen. Der ist die Weste. Ja, habe ich. Ich bin jetzt gerade linke Halle, linke Seite. Mal gucken, wir sind gleich von unten runter. Es sind noch ein paar Schmerz, die ich nehme. Ein paar schöne bunte Pinnchen. Ist der da immer noch bei dem Holz, oder? Oh, nee, der ist nach vorne gelaufen. Der ist schon tot? Ja, der liegt hier. Alright. Chica, was hast du das denn für einer? Das Kostüm. Hat der Sniper? Äh, warte. Guck mal. Ja. M24 oder Karabiner? Der hat eine Karabiner, ja. Ja, schön, schön, schön. Geil, Sau. Hast du gut gemacht. So, noch vier Gegner. Echt jetzt? Ja, oben steht nach deinem Leben. Oh, noch. Mathematik. Guck, die waren irgendwo bei 300, glaube ich, ne? Da kann noch Schüsse her. Das wäre ganz gut, weil die außerhalb der Zone gegangen sind. Ich denke, du springst so ein bisschen krass, äh... Ach, Trotsch. Bei 215 beim Sandhügel. Was? Ach, da oben auch noch, da oben auch noch, beim Baum. Kannst du runterkrabbeln in meine Richtung? Kann ich, da beim Stein. Der piekte aber mit Stein, siehst du den zufällig? Und dann schon mit Kiro? Ja, ich sehe ihn. Wo wurde denn jetzt? Von hier irgendwo. Bei vorhin noch ganz 50. Wo? Ja, ich bin da angeschlossen. 255 um oder oben. Ja, äh... Ich bin gleich groß. Eigentlich direkt bei dem. Ja, du bist halt sehr weit unten, oder? Das... Der Hügel ist ja... So zwischen... Ich puste ihn jetzt. Au, 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 au. Also, hier musst du wirklich aufpassen. Das ist kein COD oder irgendwas. Hier ist meistens der Camper im Vorteil. Ja. COD, würdest du einfach reinlaufen und den kaputtballern. Du bist hier langsamer und du musst von Deckung zu Deckung. Und clunky ist alles wie Sau hier. Wenn du springst oder so, dann... Du bist dadurch nicht schneller. Weil du immer, wenn du landest, wieder super geslowed wirst und so. Das ist halt... Also, du bewegst dich echt langsamer einfach nur. Nee, geh mal von links. Komplett links am Rand der Zone. Und dann push ihn vorsichtig. Ich höre ihn über rechts nicht. Fuck. Irgendwo da höre ich ihn, ja. Ich habe ihn gesehen. Ah, Mann! Ah, ich habe ihn fast erwischt. Fuck this. Mann, nee. Das wäre mein Ding gewesen. Okay. Okay, nicht stehen bleiben, Nick. Ey, Bruder, will der auch mal sterben oder was? Und wo war der jetzt? Der war noch weiter links von dir. Diese haben dich weiter umrunden. Deswegen meine ich komplett am Rand gehen. Ah, ja. Jetzt musst du jetzt zugucken. Übrigens, wenn du Perspektive wechseln möchtest oder spiele einfach nur Bild hoch oder Bild runter die Taste. Das Ding ist, da waren jetzt zwei Leute, aber es sind noch vier von denen übrig. Oder noch ein anderes Zweierteam. Aber ich habe die halt noch nicht gesehen. Ja, ich war einfach lächerlich. Ja, Crate. Crate. Hat der mich gesehen? Vielleicht nicht, vielleicht ja. Ich laske es mal. Ah, okay. Jetzt sehe ich auch was. Ich habe die Haltigkeit auf 100% gestellt. Digga, was machen die da? Der hat mich gesehen. Beide sind da. Zwei. Nick, drück mal Bild hoch. Dann kannst du Sadie zugucken. Ich gucke, glaube ich, Sadie zu. Nein, machst du nicht. Was ist Bild hoch? Über den Falltasten gibt es eine Taste, die heißt Bild hoch. Ach der Ahnung. Hä? Jetzt, Sir. Oh, der ist close. Der ist close bei dem Bild gewesen. Der ist direkt am Hügel. Der wirft eine Firenade. Ah, okay. Der zündet den Mate an. Oder auch nicht. Ah, da war es ein... Der hat einen Ghillie, deswegen habe ich... Ich habe es nicht gesehen. Oh mein Gott. Ah, aber das war auch... Das war auch sehr auf Kopf. Fuck, Mann. Das waren zu viele. Die waren überall verteilt. Und ja. Ach, shitty. Shitty. Shit. Ah ja. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.